Das ist am stufenbaren ein Resultat, das sie also wirklich in der Konkurrenz belässt. Brandy Johnson. Brandy Johnson. Dass da die Sonne so schön scheint. Vielleicht auch, weil dort die Brauns eben sind, das Trainer-Ehepaar, das sie aufgebaut hat. Zahle, Frau Wetz. Fast problemlos. Ah, da hat sie einen leichten Fehler gemacht, aber sie konnte das wieder korrigieren und der Abgang. Auch das ist ein Doppelsalto gehockt auf den Spuren von Mary Lou Rippen, Brandy Johnson. Mit der Perspektive WM 91.